Voila! Ich bin Claudia Tresch, komme von Andermatt und meine allerliebsten Plätze zu Andermatt sind zu jeder Jahreszeit verschieden. Sei es im Winter und im Frühling auf dem Gemmstock, im Sommer bin ich am liebsten in der Unteralp und im Herbst am Kielerberg. Und Andermatt ist für mich mein Zuhause und meine liebste Heimat, weil ich da einfach alles, was ich brauche, zum glücklich und zufrieden sein, direkt vor den Haustieren habe. Untertitelung des ZDF, 2020